Hallo und herzlich willkommen zurück bei My Time at Sandbox. So, ich habe mir einen Schuh angelegt. Ähm, ähm, nein, ich doch nicht. Ja, doch, genau, ich. So. Ähm, also wir brauchen den Cooking Pot, wir brauchen Mehl, wir brauchen normales Fleisch, wir brauchen das Rib Meat, wir brauchen all Dingsbums da da, wir brauchen diese komische Mischung von Ihnen. So, das soll das Rezept geben, auch das wäre ich nie im Leben kommen. Ja, gut, ähm, wenn wir schon beim Thema Kochen sind, warte mal ganz kurz, warte mal ganz kurz, ich kann doch, ähm, Moment, ich drücke kurz Pause. Ach, geht nicht. Das ist doch. So, einmal zurück. Es gibt da nicht eine ganze Seite an, äh, was kann man kochen. Und die habe ich mir vorher mal kurz angeschaut. Wir können ja mal kurz schauen. Also, das Cooking Pot, das kann ich ja schon machen. Dampfgarer. Könnte Dampfgarer sein. Ist der Mock? Nein, das Dima müsste das sein. Okay, schauen wir mal. Also, wenn wir haben Miet, wenn wir haben Mehl und Sojasauce. Okay, wir haben keine Sojasauce, können wir vergessen. Wenn wir haben Bitterpins, haben wir nicht? Oder haben wir irgendwelche Bohnen? Nein, haben wir keine. Sojasauce haben wir nicht. Das haben wir nicht. Zucker? Nein, Zucker haben wir leider auch keinen. Gut, dann können wir ich gerade nicht viel kochen. Zucker, Sojasauce, Sojasauce, Zucker. Ne, haben wir alles nicht. Also, uns fehlt für... Ah, warte doch, da ist eins. Das ist aber ein Dampfgarer. Dampfgarer und wir brauchen Back. Und das da. Ah ja, Schecke. Okay, wunderbar. So, gibt es noch was? Ähm... Moment, das können wir wollen. Das können wir machen. Wir brauchen mit... das da. Potato, Mehl und Salz. Das sind Sachen, die wir echt nie im Leben bekommen haben. Sojasauce haben wir nicht. Zucker haben wir nicht. Sojasauce haben wir nicht. Moment, ich muss wieder runter scrollen. Äh... Weingee haben wir auch nicht. Das haben wir nicht. Das, 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 das haben wir. Moment. Äh... Steamer. Also brauchen wir den Dampfgarer. Eine Sandbeere. Und... Weingeeen. Wir haben das. Und die Sandbeere. Weingeeen. Reis, Meat... Und... Und... Bock haben wir noch keinen, Dima, Sandberry, Kaktusleaf, Unterdingsmuster und Honig. Na bitteschön. Das können wir auch machen. Mehl, Tomaten, Paradeiser und Eier. Wunderbar, Macaroni. Wo kann man noch nicht, Moment, ich muss wieder runterscrollen. Steamer, Nietzsche, Laura. Achso, haben wir gar keins und ich habe es nicht da drinnen. Ich habe doch Sandlik. Nein, offensichtlich habe ich das nicht. Das soll man machen, ja, machen wir. Gut, was haben wir noch? Wieswusse haben wir nicht, Zucker haben wir nicht, Zucker haben wir nicht, Jackmehl und Steamer und Eier. Wunderbar, Milch gedämpftes Eier. Das hat Maschen, nein, Zucker haben wir nicht, das haben wir nicht, Bock haben wir keinen, Moment, dann scrollen wir wieder weiter runter. Man merkt schon, es sind ziemlich viele Rezepte. Die Blätter, Kalia, Dingsbums, da habe ich nicht, okay, dann kann man es wieder raushauen, geht nicht. Geht nicht, geht nicht, Reis haben wir keinen, Reis haben wir keinen, Zucker haben wir keinen, Reinki haben wir keinen, kann man nicht weiter runter scrollen. Fehlt uns was, Sweet Potato habe ich auch noch keine, glaube ich. Chestnut habe ich auch keine, haben wir nicht, haben wir nicht, das geht. Ah, wo müssen wir es machen, Cooking Pot und zwar eine Tomate, einmal Meat und einmal Salz. Na, bitteschön. Und alles andere, entweder ich habe es übersehen oder wir können es nicht machen. So, also wir haben jetzt zumindest schon mal ein paar Rezepte. So, 16, 18, 25, 30. Ja, warte mal, das bringt 30 beim Bekaufen. Oh. So, jetzt müssen wir den Kerl wieder suchen. Hm, wie voll sind wir denn? Oh, da geht schon noch was rein. Interagieren. Ähm, das gehen wir mal rein, das gehen wir mal rein. Das gehen wir mal rein, das gehen wir mal rein. So, kommt Platz, da rein. Und der Rest sind irgendwelche Gerichte, die ich gekocht habe. So, fertiggestellt, danke. Moment, jetzt zieht das hier aus den Kisten, oder? Da war irgendwas mit 25, genau. So, Dankeschön, das kann man gut verkaufen. Okay, so genau. So, fertiggestellt, okay. So, das geht jetzt. Okay, so hier, das ist doch immer so. Hi, Pen. Ja, das ist kürkisch, ich habe die Wübelassen, nehm? Ja, ja, we're gone. Ich werde mit Restaurants in anderen Städten sprechen. Vielleicht kannst du etwas mit dem Saloon-Guy arbeiten. Was ist sein Name? Joe? Nur nicht die Reziplin für etwas weniger als 200 Gäste. Die erste Regelung, um einen Deal zu machen. Du musst in die Regel zu erinnern. Nicht nur auf den Herz der Sache. Frag ihn über ihre Familie oder was. Erinnerst du, wie ich es gemacht habe? Die zweite Regelung. Okay, er kennt auch noch, wie ich handeln soll. Na gut, schwierige Verhandlungen. So, Peach-Retter. Hi Owen, ich habe da was. Wie läuft es bei dir? Sowas aber auch. Nein, ich wollte nicht abbrechen. Hm. Hm. nicht so also wie läuft es bei dir? ich habe gewöhnliche Gerichte nachgekocht nicht gut nicht gut ach du zahlst mir das doppelte okay kannst du haben alter gut er hat mir das doppelte zahlst finde ich gut magst du auch essen haben dass wir die mal los sind Dankeschön haben wir mal beim Essen verkauft müssen wir nur noch mehr Sachen sammeln dann können wir auch ich glaube die Farbe kriege ich bei dir auch ja Zucker kriege ich auch bei ihm Soja Dings auch könnte ich schon mehr kochen Reis kriege ich auch hier danke danke du bleibst mal eben da so und ich schau mal auf die Tafel ein paar Stangen nehmen wir Stahlstangen also noch deutsch null habe ich im besitz bereits im besitz bereits im besitz hm oh ich schon wieder wochenende ja ich darf das auf den kalender schauen ja ist es jetzt ich Der Mund ist gut. Der Mund ist gut. Der Mund ist gut. So, kaufen. Habe ich den Bett hier verkauft? Nein. Scheibenbar nicht. Schade. Okay. so ich muss mal ein bisschen steine holen da gibt es nur Quarz, ich brauche also eigentlich bessere nur Grace, wieso stehst du da rum? oh, ich schade hmm 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 so 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 Einmal. Nice, Nix. Nice, Nix. 22 Uhr, wir sollten zurück. Nice, the sun glow. Nice, the sunrise. Nice. 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 Yeah. Nice. 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 rathaus Jagmelfestival, ok, ja doch, da sind wir interessiert dran, kann man das irgendwie, hier ist das Zeug, das du bestellt hast, danke, danke, am 28. so, Moment, jetzt müssen wir kurz mal im Kalender schauen, oh ja, da ist eh drinnen, ok, so, da, jetzt noch mal kochen kurz beziehungsweise zuerst machen wir mal den Hut ja gut Moorstangen brauche ich auch noch wie viel zinn ich bin ich bin da sind ausrüstung so also nun mal angenommen ich gehe da noch mal her mal schauen was mir jetzt alles fehlt so mit und so das haben wir nicht zucker potato Schmorbraten. Kann man nicht. Chili haben wir, glaube ich, auch nicht. Das haben wir schon gemacht. Das haben wir schon gemacht. Das haben wir auch schon gemacht. Das fehlt mir. Habe ich nicht, genau, haben wir nicht. Ah, die müssen wir auch nicht mehr, Alpha. Nein, weißt du was, wir lassen es jetzt. Ich habe es genommen. Nee, wird es nicht. Das, 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 das und das. Mhm. So, rein, da, rein, da. Acht. Gut, wir sollen jetzt, wir sollen jetzt diesen Anzug bauen. Mhm. Gut, hätten wir. Einen. Zwei. Gut, was haben wir jetzt alles erledigt? Wir brauchen sieben Stahlstangen und neun Brauchstangen. Haben wir noch welche? Okay, so. Okay, so. So, das ist... ...definite nicht ein Gunga-Mobile-Suit. ... 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 Wunderbar, gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder oder so. Dann machen wir jetzt einfach mal das hier. Und hier könnte man was zum Bekaufen machen. So, also ich sage mal tschüss zu Papa. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.